So, einen schönen guten Morgen euch. Wie geht es euch? Heute ist der erste Tag des Winters des Jahres. Es schneet. Ja, ein bisschen Schnee auf meinem Auto. Ihr könnt sehen. Macht gut. Ja, meine Leute sind ein bisschen verschwunden geworden. Es gibt keine, die um 8 Uhr 20 Uhr im Morgen der Michigan-Zeit. Aber naja, die mich unterhalten wollten. Vielleicht geht nach einer Stunde. Mein Freund, der muss sein Hebräisch besser und sein Englisch. Aber ja, ich habe wieder mehr Bock auf Deutsch zu sprechen, stattdessen ruß Spanisch. Aber naja, es war gemein. Und ob ihr seid, hättest heute ja uns zu freuen, sprechen konnten. Und ja, was noch? Ich habe auf der Couch geschlafen. Ja, es macht nicht gut, weil ich schnarche sehr laut und meine Familie mag es nicht. Ich wohne, dass ich da in einem Keller schlafe, wo ich normalerweise schlafe. Und ja, es macht nicht gut, wenn ich schlafe. Und ja, erst Tag des Winters hier in Michigan. Ein bisschen Schnee. Und ja. Und jetzt muss ich kurz sein. Und dann muss ich gut zu arbeiten gehen. Ich hoffe, dass alles gut geklappt wird. Und dann machte ich etwas zu schüren. So, ich wünsche euch einen schönen guten Tag und auch gute Schauen. Tschüss.